Hallo und herzlich willkommen zurück bei EinfachElektronik. Wir schauen uns heute das Arduino Entwicklerboard nochmals ein bisschen genauer an. In einem der vorherigen Videos haben wir uns ja die Leiterplatte an sich angeschaut und ich habe so ein bisschen versucht die elektronischen Komponenten da drauf zu erklären. Heute schauen wir uns im Speziellen die digitalen Ein- und Ausgänge an und stellen diese den analogen Eingängen gegenüber und wir schauen uns mal an, wo da überhaupt die Unterschiede liegen. Es gibt also am Anfang so einen kleinen theoretischen Einstieg und am Ende des Videos schauen wir uns das Ganze mal in der Praxis an, baue ich da eine kleine Schaltung auf und wir gucken da mal rein. Viel Spaß mit dem Video, los geht's! Kommen wir als erstes mal auf die Unterschiede zwischen analogen und digitalen Bauelementen zu sprechen. Hier sieht man jetzt zum Beispiel ein analoges Signal. Dieses analoge Signal ist eine ganz normale Sinusspannung oder ein Sinussignal. Wenn man übrigens die ganz normale Netzspannung messen würde, würde das Signal genau so aussehen. Diese Sinusspannung ist jetzt eben ein Analogsignal. Analoge Bauelemente sind zum Beispiel Operationsverstärker, Spannungsregler, diverse Filter, zum Beispiel ein Tiefpass oder ein Hochpass, Signalgeneratoren, verschiedenste Schalter, außerdem zum Beispiel ein Lichtsensor oder Temperaturfühler. Das sind also alles analoge Bauelemente. In meinem Studium zum Beispiel habe ich mich nicht so wirklich mit analogen Bauelementen beschäftigt, weil wie auch in der richtigen Welt, es wird da eben alles digitaler. Die analoge Elektronik ist aber genauso wichtig und sollte auch mit demselben Schwerpunkt geleert werden. Digitale Signale sehen dann so aus, dass es zwei Zustände gibt. Es gibt einmal 0 und 1, bzw. Low und High, und die können eben so aussehen. Wir haben also wirklich nur diesen Pegel, entweder 0 oder 1. Und digitale Bauelemente, die man so kennen sollte, sind diese ganzen Logikgatter, also UND, ODA oder auch NOA oder NAND Bausteine oder auch ein Addierer, der aus diversen Logikgattern aufgebaut ist. Verschiedene Zähler, zudem auch Multiplexer oder alle CMOS-Schaltungen sind auch digitale Bauelemente. Die ganzen Speicher und vor allem auch die Prozessoren und die Mikrocontroller, also unsere kleinen Rechenbausteine auf den Platinen, das sind alles digitale Bauelemente. Zudem kommen auch noch dazu, dass die Anzeigen bzw. die Displays digital sind. Um diese zwei Welten dann eben zu vereinen, gibt es zwei Bausteine, das ist einmal der ADC und einmal den DAC. Der ADC, das ist ein Analog-Digital-Wandler, der wandelt mir eben ein analoges, zum Beispiel ein 5-Volt-Signal, in den digitalen Zahlenwert. Hier zum Beispiel 256. Der Digital-Analog-Konverter ist dann das Gegenstück dazu, der wandelt mir eben den digitalen Wert dann in den analogen Wert um. Will ich also zum Beispiel jetzt so einen Zähler auslesen und der liefert mir 256, dann kann dieser DAC mir das Ganze in ein 5-Volt-Signal, was ich dann weiter verarbeiten könnte, umwandeln. Zurück zu unserem Arduino-Board. Es gibt eben auf dem Arduino-Board, wie gesagt, hier die digitalen Pins, hier oben und hier unten analoge Pins. Dazu schauen wir uns jetzt mal ein paar Informationen an. Zum einen hat das Entwickler-Board an den Pins 0 bis 13 eben diese 14 digitalen Ausgänge. Man kann sich das Ganze vorstellen wie so ein Schalter, der eben Zustände 0 und 1 annehmen kann. Jetzt fragt man sich vielleicht direkt, hier steht jetzt digitale Ausgänge, wie sage ich so ein Pin denn, ob er ein Ausgang oder ein Eingang ist? Das wird quasi softwareseitig gemacht. Du hast also einen kleinen Teil im Programmcode, der sagt, okay, Pin 10, du bist jetzt ein Ausgang oder Pin 10, du bist jetzt ein Eingang. Es gibt wie gesagt zwei Zustände, das ist einmal der High-Zustand, das sind jetzt zum Beispiel die 5-Volt und einmal den Low-Zustand, das sind zum Beispiel 0-Volt. Auf dem PC ist dann eben eine Arduino-Software drauf, mit der du eben die Software schreiben kannst und deinen persönlichen Programmcode, den kann man dann eben über eine USB-Schnittstelle auf den Arduino übertragen. Der Arduino kann deinen Programmcode dann verarbeiten und kann mit Hilfe von diesen Informationen zum Beispiel einen digitalen Ausgang so schalten, dass eine LED auf deine elektronischen Schaltung zum Beispiel im einfachsten Fall einfach blinkt. Man sollte noch beachten, dass die digitalen Ausgänge auch nur einen maximalen Stromoutput von 20 mA vertragen, sprich man sollte Widerstände verwenden. Wir schauen uns jetzt direkt mal an, wie das in der Schaltung aussieht. Wir haben also einen Programmcode, den werde ich euch nicht zeigen, den findet man überall im Internet. Den habe ich auf das Entwicklerboard unserem Arduino gespielt und die elektronische Schaltung zeige ich euch jetzt. So, hier sieht man jetzt die kleine Schaltung. Wir haben jetzt den Pin 10 gesagt, okay, du bist ein digitaler Ausgang. Sprich, wenn wir jetzt dieses kleine Kabel hier an den Pin 10 anschließen, dann gehen unsere 5 Volt eben über diesen Widerstand zu unserer LED und dann zurück auf Ground. Das machen wir jetzt einfach mal und connecten das Ganze mit der 10 und da müssen wir hier hinten natürlich dann noch auf den Ground Pin gehen, also auf 0 Volt. Wie man sieht, blinkt die LED jetzt. In dem Programmcode sieht das dann einfach so aus, dass wir sagen, okay, schaltet den Ausgang 10 auf High, wartet dann eine Weile und schaltet ihn dann auf Low. Das ist also ein ganz einfaches, praktisches Beispiel für so einen digitalen Ausgang. Okay, wir haben also gerade gesehen, dass man so eine LED ganz leicht an- und ausschalten kann. Was ist jetzt, wenn man eine LED zum Beispiel dimmen möchte, kann man das auch mit digitalen Ausgängen machen? Das ist jetzt die Frage, weil man braucht beim Dimmen ja Zwischenwerte, das kann man sich ja vorstellen. Da gibt es ja nicht nur an- und aus, sondern auch andere Zustände. Dafür gibt es extra auf dem Arduino und auch auf anderen Entwicklerboards sogenannte PWM Pins. PWM Pins sind spezielle digitale Ausgänge und PWM bedeutet Pulsweitenmodulation. Wie man jetzt hier sieht, kann man ja dieses An- und Ausverhalten entweder so schalten oder man kann das Ganze auch schnell schalten, wie in diesem Beispiel jetzt. Wenn man die LED jetzt so schnell an- und ausschaltet, beispielsweise 100 oder 1000 Mal in der Sekunde, kann unser menschliches Auge das nicht mehr wahrnehmen und es wirkt dann tatsächlich so, als würden wir die Helligkeit runter- und wieder hochsenken. Obwohl wir die LED mit unserem Programmcode eigentlich nur sehr, sehr schnell an- und wieder ausschalten. Sprich, mit digitalen Ausgängen kann man die LED nicht nur zum Blinken bringen, sondern man kann sie auch dimmen. Kommen wir zurück zu unserer Schaltung. Ich habe den Programmcode jetzt ein bisschen verändert und habe ihn wieder auf unser Arduino-Board aufgespielt. Das Arduino-Board wird wie gerade auch eben mit dieser 9-Volt-Blockbatterie jetzt betrieben. Der Programmcode ist gespeichert in unserem internen Speicher des Mikrocontrollers. Das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist dieses kleine Kabel an den PIN 10 zu verbinden. Ja, und wie man sieht, funktioniert das Ganze. Wir lassen die LED also jetzt blinken, indem wir das Signal ganz oft an- und wieder ausschalten. Wie am Anfang des Videos schon gesagt, kann man die digitalen PINs nicht nur für Ausgänge, sondern auch als Eingang benutzen. Sprich, auf dem Arduino-Board sind das wieder die PINs 0 bis 13. Das Einzige, was sich ändert, ist jetzt eben, dass wir irgendwas aus der elektronischen Schaltung auslesen. Zum Beispiel irgendeinen digitalen Sensorwert oder einen digitalen Wert von so einem Logik-Gatter. Dieser Wert wird dann auf den Mikrocontroller des Arduino übertragen und kann dann mithilfe von unserem Programmcode auf dem PC ausgewertet werden. Die Grenzen dafür, dass so ein Low-Signal erkannt wird, sind jetzt zum Beispiel bei unserem Arduino von minus 0,5 Volt bis 1,5 Volt. Alles zwischen 3 Volt und 5,5 Volt wird als Logisch 1 bzw. als High-Signal dann gewertet. Alles außerhalb von diesen Grenzen ist eben ein undefinierter Wert und kann entweder als 1 oder 0 gewertet werden, sodass man diese Werte möglichst vermeiden sollte. Man sollte dazu noch erwähnen, dass sich diese digitalen Eingänge auf dem Arduino behalten wie ein sehr großer Widerstand, der ungefähr 5 Megaohm beträgt. Das heißt, in diesen digitalen Eingang fließt so gut wie kein Strom und man hat auch keine Kurzschlussgefahr, wenn man zum Beispiel die 5 Volt mal direkt mit den 0 Volt verbindet. Diesen großen Eingangswiderstand hat zum Beispiel auch jede Spannungsquelle. Neben den digitalen Pins hier oben gibt es eben jetzt noch analoge Pins. Die analoge Eingänge realisieren hier unten auf dem Entwicklerboard. Wir haben also diese 6 analogen Eingänge und diese Eingänge können jetzt Spannung zwischen 0 und 5 Volt verarbeiten. Auch diese Eingänge haben einen sehr hohen Eingangswiderstand. Man muss sich das so vorstellen, dass die analogen Eingänge jetzt wie ein Spannungsmessgerät arbeiten. Die anliegende Spannung geht also auf eine von diesen Pins. Die Spannung geht dann auf den analog Digitalkonverter, der eben hier in den Mikrocontroller integriert ist. Und dieser ADC-Wandler wandelt uns die analoge Spannung eben in den digitalen Zahlenwert um. Der ADC, der hier verbaut ist, hat zum Beispiel eine 10-Bit-Auflösung. Das bedeutet, er kann 2 hoch 10, sprich 1024 Zahlenwerte annehmen. Misst man jetzt am Eingang zum Beispiel 0 Volt, dann wandelt uns der ADC diesen Spannungswert auch dementsprechend in den Wert 0 um. Liegt die maximal mögliche Spannung an, sprich 5 Volt, dann würde uns der ADC diesen Wert in 1023 umwandeln. Diesen digitalen Wert könnten wir dann übrigens mit unserem PC auslesen und irgendwie verwerten. Der PC würde dann ja wieder hier über die Buchse zum Beispiel mit dem Mikrocontroller des Boards kommunizieren. So, das soll es auch schon gewesen sein mit dem Video. Wir haben uns jetzt am Anfang die digitalen Pins hier oben angeschaut und die analogen hier unten in Zukunft. werden noch mehr Videos über den Arduino folgen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschalten würdet. Macht's gut, bis dahin, ciao.